Hallo miteinander, mein Name ist Levon, das ist Luana. Wir sind beide im zweiten Lehrjahr als Coiffeur EFZ. Beim Coiffeur Orinat. Wir würden euch gerne ein paar Lehrlingsarbeiten zeigen. Kommt doch mit! Beim Coiffeur Orinat können Kunden sich telefonisch anmelden oder online über orinat.ch in Terminführerware oder spontan für ein Haarscheltkuh. Meine Aufgabe gehört zu organisieren, den Termin sowie den Kunden zu beginnen. Dem Team und mir ist es wichtig, dass sich Kunden wohlfühlen und ein schönes Erlebnis haben. Ich schamponiere die Haare der Kunden, mische die Haarfarben für die Arbeitskollegen und halte den Arbeitsplatz sowie das Arbeitsmaterial sauber. Ich assistiere meinen Arbeitskollegen und beobachte, um möglichst viel für meine eigene Berufskarriere zu lernen. Ich assistiere ebenfalls der Filialleitung und darf dabei das Instagram-Profil der Filiale führen, was ich besonders cool finde. Coiffeur Orinat hat ein eigenes Schulzentrum in Zürich-Ehrlichkeit. Wirklich super finde ich, wie unser Ausbildner coacht und bei der Arbeit unterstützt. Während der Lehre übe ich an den Übungsköpfen und setze die Theorie in der Praxis um. Am Modell kann ich mein Können testen und lernen, wie ich am besten ein Kundengespräch führe. Das war unser Alltag. Wenn euch gefallen hat und interessiert sind auf eurem Beruf, dann könnt ihr euch bei uns bewerben. Zusammen mit den nächsten Mal. Es wird euch gefallen. Wirklich super.